Hallo, wir sind jetzt wieder zu Hause. Die Entrumplung war in der Körper erfolgreich. Ich habe eine Lavalampe endlich bekommen. Und das ist sie. Nicht trinken, Schlüssigkeiten, nicht den Kontakt mit der Haut oder dem Mund bringen. Sieht aber verführerisch aus. Sieht verführerisch aus. Müssen wir die Bedienungserleitung geben? Nein. Da gibt es nicht, glaube ich, ne? Ja, was war sonst noch so los? Gar nichts eigentlich. Nö. Wir sind hier in meinem Zimmer übrigens. Aber ich zeige euch die Lampe noch nicht. Aber wir gucken gleich. Könnt ihr das erkennen, welcher Film das ist? Raten. Jetzt ist es offensichtlich. Richtig. Richtig. Reinschrauben, ne? Hast du schon mal sowas gemacht? Ich habe das noch nie gemacht. Aber warum denn reinschrauben? Ach so, hast du die Lampe reingeschraubt? Ja. Ja, ja, das macht Sinn. Und dann umrauft das Ding, oder? Ja, dann machst du eigentlich eine... Ich baue hier das... Ich denk's mal. Ja, Lampe rein. Dann das. So vollseppen. So vollseppen. Weißt du? Es gibt schon jahrmillionale Lavalampen und wir vollseppen. Okay. Ja, das ist schön. Nein. Mir gefällt sie jetzt schon. Wir müssen sie gar nicht anlachen. Nur warte ich dann gleich? Ne, die wird dann langsam warm. Mhm. Mhm. Eins. Zwei. Tada. Ja, geil. Guck mal. Jetzt machen wir nochmal im Licht aus. Na gut. Oh, Sicherheitsinweise hätten wir uns auch meistens durchlesen müssen. Ach, scheiß drauf. Die hat neun Euro gekostet. Ich glaube, wenn sie explodiert, dann kaufe ich ne neue. Aber sie gefällt uns gut, oder? Jetzt das... Der Witz ist... Also das Problem ist jetzt leider unten, ist jetzt noch Wachs dran. Hier. Da. Und das muss jetzt natürlich erstmal warm werden und flüssig. Das dauert alles so seine Zeit. Aber dann macht's Blubber. Ich würd sagen, wir melden uns gleich einfach wieder, wenn's soweit ist. Ja. Oder? So mitten im Film. Ja, machen wir einfach auf Pause. Ja. Da drücken wir dann auf Pause. Ja. Hier. Tom Hanks hat eh genug Geld. Ich glaub, ist dem egal ob wir das zu Ende gucken oder nicht. Geh ich auch mal von aus. Wo ist mein Glas eigentlich hin? Ich hab's hier hingestellt hier vorne. Ähm. Osw. Ich hab's hier. Ich hab's hier. Ich hab's hier.